hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde starstable und finally lösen wir unsere 99 splitter am kessel ein und ich kann euch zeigen was ihr dafür besonderes bekommt stellt euch darauf ein ist echt eine ganz coole sache ich habe es ja schon mal gesehen bei anderen was bekommen wir dafür wir kriegen diesen genialen luftballon mit dem sich sicher das eine oder andere coole bild machen lässt wenn ihr euch übrigens wundert warum ich gerade auch so ein bisschen ruhiger und alles bin ich weiß nicht wie ich die nächsten tage oder heute generell überhaupt und oh mein gott der luftballon bleibt immer dabei streamen kann videos machen kann dann legt einfach darin ich nutze dieses video auch darüber noch so ein bisschen zu reden jetzt vielleicht in meiner story mitbekommen wir mussten gerade eben im moment alles an wasser abstellen warten jetzt auf den den klempner hier weil einfach der komplette wasserzulauf hier gerade komplett kaputt ist und ja ist ziemlich übel und ich hoffe dass wir das irgendwie heute noch auf die reihe bekommen oder generell überhaupt auf die reihe bekommen weil ja es halt irgendwie scheiße deswegen geht halt gerade aktuell überhaupt nichts kein wasserzulauf heißt halt nichts weder heizung noch irgendwas und ja aus dem grund drückt die daumen deshalb bald alles wieder funktioniert und ich halte bei zeit noch wieder normal der arbeit nachgehen kann ich habe jetzt aber während wir hier gerade auf den klempner warten habe ich jetzt gerade einfach mal die zeit genutzt um dieses video zu machen um euch so ein bisschen aufzuklären wie es heute ausschauen wird und ja es ist nicht so geil darüber zu reden weil man hat trotzdem versucht noch normal darüber zu reden und es halt sein kann dass jetzt irgendwie komplett alles halt im argen ist und ja deswegen drückt die daumen dass es bei zeiten alles wieder funktioniert oder zumindest nicht allzu lange irgendwie einen defekt gibt und ja dann werde ich dieses video auch auch gar nicht so lange jetzt gestalten weil ich jetzt irgendwie mit dem kopf ganz woanders bin und ich muss gucken was ich heute dann generell noch noch bringe und hoffe dass das alles irgendwie funktioniert und sonst was wir weil keine ahnung ich weiß nicht ob ich das so vorstellen können das sieht halt schon es sieht halt echt schlimm aus und ich kann nur hoffen dass es irgendwie noch irgendwie zu retten ist oder wenn dann halt schnell wieder ausgetauscht werden kann ist halt auch gerade eine unpassende zeit damit keine heizung zu haben und gar nichts kein wasser kann alles weil irgendwie alles zentral hier geschaltet ist von daher drückt die daumen und genießt euer halloween pad wenn ihr es euch schon geholt habt ist ein echt lustiger luftballon und dann würde ich mich auch für jetzt erst mal schon verabschieden sag danke fürs zuschauen und wir sehen uns hoffentlich sehr bald bei zeiten wieder bis dann ciao ciao